meine damen und herren herzlich willkommen zu einem neuen pokémon go video ja ich wollte euch einfach nur zeigen was wir die letzten tage so alles eingesammelt haben und was wir bekommen haben und wir haben einige pokémon in unserem pokédex tatsächlich auch hier im dorf erweitern können und fangen wir ich glaube mit diesem pokémon hier an dieses pokémon hier haben wir aus dem raid bekommen genau am 15. relativ coole ev ja auf jeden fall naja pokédex eintrag dann einmal fulpix haben wir aus dem ich glaube ich auch aus dem ei bekommen also wir sind gestern und vorgestern über über sieben kilometer gelaufen also spazierengegangen und haben diese pokémon hier eingesammelt das hier habe ich glaube ich in der freien wildbahn ganz easy gefangen azuril auch hier das pokémon haben wir gefangen der raichu hat eine sehr coole wertung gehabt deswegen haben wir es gleich entwickelt wir haben ein pokémon ein pikachu haben wir schon entwickelt leider kein hunderter aber auf jeden fall schon eine recht gute ev und vor allen dingen auch event pokémon dann haben wir dieses koppel hier gefunden ein shiny das wollte ich jetzt zusammen mit euch noch entwickeln das werden auch tun wirklich geschlechte ev aber scheinbar ist scheinbar ein scheinbar wird auf jeden fall ganz witzig aus so dann haben wir gestern noch dieses pikachu hier gefangen ist auch eine relativ gute wertung hat aber leider immer noch kein hunderter deswegen werden wir es nicht entwickeln und dieses kleinstein hier haben wir gefunden was eine dreier wertung hat und das werden wir jetzt auch noch entwickeln das ist auch ein alola kleinstein die entwicklung haben wir auch noch nicht gemacht deswegen werden wir das sieht auf jeden fall fancy aus das georock und ein neuer pokédex eintrag sehr sehr cool was ich euch auf jeden fall zeigen wollte wir haben gestern noch hier event aquana bekommen zweimal ein event flammara und ein event blitzra also wir hatten genug evoli bonbons und ja das sind momentan meine top 10 und damit arbeite ich gerade cool mehr wollte ich euch eigentlich nicht zeigen danke fürs zuschauen leute danke fürs mitmachen und wir sehen uns im nächsten video haut rein ciao ciao